Unsere Kunden haben gefragt, welche Vor- und Nachteile haben ausziehbare Fachböden. Bei ausziehbaren Fachböden hat man den großen Vorteil, ähnlich wie bei einer Schublade, dass man leichter an die darauf liegenden Geräte herankommt. Der Nachteil ist die verminderte Traglast. Durch den Auszug beschränkt sich hier die Traglast auf bis zu 100 kg. Hier sind zwei Varianten zu unterscheiden, Vollauszug oder Teilauszug. Vollauszug wählt man, wenn Geräte ganz aus dem Schrank herausgezogen werden sollen, um an die dahinterliegende Verkabelung zu gelangen. Ein Teilauszug reicht oft aus, wenn nur kleine Geräte auf dem Fachboden platziert werden sollen. Oder eine Tastatur oder Bildschirm, die man zur Administration der Server im Schrank nutzt.